Ich habe mich immer gerne angelegt. Ja, das bin ich. Ich hatte immer gerne Kleider. Aber ich habe nie gedacht, dass ich etwas mit dem Motto machen würde. Diesen Moment erkenne ich nicht. Aber ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass man etwas in der Welt bewegen kann. Es war ein bisschen Jugendlicher. Vielleicht war es zu viel enzibel. Aber ich hatte das Gefühl, dass man etwas mit viel Engagement bewegen kann. Soziale Gerechtigkeit war für mich immer sehr wichtig. In meiner Jugend, vielleicht schon, aber ich glaube nicht mehr so wahnsinnig daran, dass ich das jemals erreichen kann. Und unsere natürlichen Ressourcen. Das ist auch etwas. Und in der Motto ist das etwas, das sehr vernachlässert wird. Und er hat dort mein ganzes Engagement reingegeben. Auf mein Herz. Und der title. Und der untertitel war es vielmehr. Ich hab denival, Ich bin ein Mensch,